Portugal Fußballprognose für Portugal Für den 21. Spieltag am 01.03.2008 Die Prognose für die letzte Woche war ein großer Erfolg. Coimbra mit 1 zu 1, Ferreira mit 0 zu 3, Guilhermes mit 1 zu 0 und Porto mit 3 zu 0 konnten richtig vorprognostiziert werden. Nun die Prognose für den kommenden Spieltag am 01.03.2008 Braga Guimares 1 zu 2 oder 1 zu 1 Lexilus Coimbra 0 zu 1 oder 1 zu 1 Ligiria Setubal 1 zu 3 oder 1 zu 0 Boavista Porto FC 2 zu 1 oder 0 zu 3 Marte Timo van Karl Amadora 2 zu 2 oder 1 zu 1 Nebel van Karl Nackier nur 0 zu 1 Sporting Lisboa Lisboa Benfica 1 zu 1 oder 0 zu 1 Ferreira Belenis 1 zu 2 oder 1 zu 1 Portugal Fußballprognose für Portugal Für den 21. Spieltag am 01.03.2008 Die Prognose für die letzte Woche war ein großer Erfolg. Coimbra mit 1 zu 1, Ferreira mit 0 zu 3, Guilhermes mit 1 zu 0 und Porto mit 3 zu 0 konnten richtig vorprognostiziert werden. Nun die Prognose für den kommenden Spieltag am 01.03.2008 Braga Guimares 1 zu 2 oder 1 zu 1 Lexilus Coimbra 0 zu 1 oder 1 zu 1 Ligiria Setubal 1 zu 3 oder 1 zu 0 Boavista Porto FC 2 zu 1 oder 0 zu 3 Marte Timo van Karl Amadora 2 zu 2 oder 1 zu 1 Mevel van Karl Nackie nur 0 zu 1 Sporting Lisboa Lisboa Benfica 1 zu 1 oder 0 zu 1 Ferreira Belenis 1 zu 2 oder 1 zu 1